Erich? Wo ist der Friede? Die ist auf dem Friedhof! Oh, das tut mir leid, Erich. Mir nicht, da hab ich wenigstens Ruhe! Bitte, Erich. Wie lange ist sie denn schon da? Ähm, seit einer Stunde, ja. Und das Ableben deiner Frau lässt dich so kalt? Ähm, wieso Ableben? Sie ist gar nicht tot? Nein, es sei denn, du hast andere Informationen. Oder hast sie selber um die Ecke gebracht? Was macht sie denn da? Vielleicht schon mal Probe liegen? Das Ableben! 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 Du Scheiße! Ähm, Text! Untertitelung. BR 2018